Oh meine Freunde ich bin immer wieder zurück in Days Gone. Oh ich sehe gerade hinten was Schönes gefunden. Todeszone ich weiß da sind es eine Horde. Okay lange Rede kurzer Sinn kümmere ich mich gleich nochmal drum. Ich habe hier die Mission ich erinnere mich und ich soll zu dieser Position fahren. Ich habe eine Mission und ich bin jetzt im Prinzip ganz nah dran, bloß nicht nah dran genug und mein Tank ist nicht mehr so voll. Was ist das denn? Geil. Winter. Schon sehen die Bäume anders aus. Oh Brian, ich bin bei einer deiner Barkin. Bei welcher? Was soll das heißen bei welcher? Dieses Nero Funkgerät hat doch GPS, hm? Ja, klar hat es das. Okay, du bist bei den Old Lally Falls. Okay gut, hat die Augen auf einen Mitarbeiter, wird jeden Moment da sein. Okay, O'Brien enden. O'Brien, verdammt. O'Brien, kommen, deine Freunde sind hier. O'Brien? Das sind nicht meine Freunde. Okay, geht zu Fuß weiter. Ja, 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 ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Objekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in einer Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien Ende. Oh, scheiße. Verdammt, was mach ich hier draußen? Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag mich. Ich verschwende hier echt meine Zeit. O'Brien Ende. Team, bitte melden. Sicher. Alles sauber hier. Alles klar. Alles klar? Alles klar, Doc. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt? Jetzt lassen wir uns wieder. Das Licht ist gleich weg. Wir sind weg, bevor es dunkel wird. Shit. Alles klar bei dir? Wenn die erste Frage sie stellt, gibt's hier noch einen anderen Eingang? Achso, in den Weglocken. Ja. Na, halt ich auch. Ich hab was kommen können. Ja. Ich hab was gehört. Es kommen die Freak aus. Ich weiß, wie spät es ist. Ja, man hier dranbleiben. Richtig, O'Brien. Ich verstehe es nicht. Was hast du gesagt? Er ist mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Nein, es ist ein wenig komplizierter. Jetzt! Okay. Ja, ich bin Soldat. Vor der Freakshow hab ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber nur Testen zeigen. Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lübisystem ausfällt. Ausbreitet, reproduziert und zählenden katastrophalen Maßstab angreift. Angreift? Bleib an ihr dran. Was zur Hölle macht die da? Krebs. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das wie viel Krebs aus. Vielleicht eine ganze Übel. Nein. Nein. Dies hier ist viel schlimmer. Was merkt Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Oh mein Gott. Was heißt das? Terrorismus. Sagen Sie das mal Absicht. Ich weiß es nicht. War's das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mach lieber einen Abflug. Ich mach lieber einen Abflug. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und damit haben wir zwei weitere Missionen erhalten. Ich soll nach Iron Mike zurückkehren, was ich aber sehr wahrscheinlich tun muss, weil ich glaube ich kaum noch Sprit. Und ich habe hier noch zwei Sachen, die ich noch erledigen kann. Das ist ein nice, sehr scheiß. Aber ich muss erst mal Sprit kriegen. Na gut, okay. Dann möchte ich euch gar nicht so sehr langweilen mit meiner Ich-Brauche-Sprit-Kriegen-Mission, bevor ich am Walking machen muss. Mache ich jetzt mal hier einen Cut und sage mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und der Fun bei Abo haben. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.